Hallo, guten Tag. Ich darf Sie ganz herzlich auf der diesjährigen AMB 2022 hier in Stuttgart begrüßen. Wir von der EASIL Germany haben hier verschiedene Maschinen ausgestellt. Zu meiner Person. Mein Name ist Jürgen Balzer. Ich bin hier im technischen Vertrieb tätig und zeige Ihnen hier wahr, was wir alles aus unseren Komponenten machen können. Hier haben wir zum Beispiel eine Kundenanwendung, wo verschiedene Komponenten aus dem Bereich Elektronik, Mechanik und Systeme zu einer Kundenapplikation integriert worden sind. Der Fall an sich, der abgewildert wird, ist eine Angussabtrennung. Das heißt, das Angussteil kann hier vorne eingelegt wird und parallel wird hinten der Anguss abgegräst. Erstmal zeigen wir auf der AMB in Stuttgart 2022 unsere IBL 4525. Wir haben hier einen Arbeitsbereich von 150 x 150 mm und es handelt sich hier um eine Lasermarkieranlage. Als kleines Giffelway, ich mache Ihnen gerade mal hier die Haube auf, haben wir einen Kugelschreiber, den wir für unsere Interessenten und Kunden gradieren können. Weiterhin zeigen wir Ihnen hier auf unserer Messe die Isel IMG 1010. Diese Maschine hat einen Verfahrweg von 100 x 100 mm. Sie kann alle Materialien bearbeiten bis hin zum Stahl und ist ausgestattet mit einer 5-Achs-Simultanbearbeitung, mit einer Fräspindel 60.000-Umdrehung und einen direkten Werkzeugwechsel mit 14 Werkzeugplätzen. Die Maschine ist aufgebaut mit einem Mineralgussbestell, das heißt, eventuell auftretende Schwingungen können so sehr gut kompensiert werden und somit können hochpräzise Teile gefertigt werden. Hier zu meiner Linken ist die IWS 1000. Das ist eine Wasserstrahl-Schneidmaschine. Wir haben hier einen Verfahrweg von 1000 x 500 mm. Wir können hier Aluminiumplatten mit einer Stärke von 20 mm schneiden und Stahlplatten mit einer Stärke von 10 mm. Wir brauchen hier auch ziemlich wenig Raum, weil die Maschine sehr kompakt aufgebaut ist. Hier sehen wir unsere Isel Premium 5030. Die Maschine ausgestattet mit einer Heidenheimsteuerung. Diese Maschine kann Stahl bearbeiten. Das Bett ist aus Granit. Somit werden sämtliche Schwingungen aufgefangen und durch die 5-Achse-Multanbearbeitung können hier sehr feine und präzise Teile gefertigt werden. bis zum nächsten Mal time. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.